Auf Überwachungskameras gibt es immer wieder Aufzeichnungen, die wirklich kaum zu glauben sind. Im heutigen Video stellen wir dir 30 unglaubliche Momente vor, die per Kamera aufgezeichnet wurden. Wenn du mehr solcher Videos auf Wunderwelt sehen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal. Und jetzt viel Spaß! War gerade auf die neue Terrasse geschüttet worden, als dann ein Kind unglücklicherweise ausrutschte und genau auf dem Zement landete. Wo der Kopf durchpasst, passt auch der Rest des Körpers durch. Dieser Soldat hat einen ganz besonderen Gesichtsausdruck, wenn er seine Tür öffnet. Die Mitarbeiterin des Geschäfts wollte eigentlich etwas aus der Tiefkühltruhe holen. Doch plötzlich verlor die Frau das Gleichgewicht und landete so in der Tiefkühltruhe. Hier zu sehen ist sie eigentliche Babysitterin der Familie. Doch wenn die Familie nicht zuhause ist, kommt sie wohl anscheinend auf andere Ideen. Ganz lässig wollte der Mann den Müll in den Eimer werfen. Doch dabei blieb seine Tüte am Deckel hängen und der ganze Müll landete auf dem Boden. Die Familie dachte zuerst, dass bei ihr eingebrochen wurde. Der vermeintliche Einbrecher war eigentlich ein Bär, der durch das Küchenfenster kam. Die Frau hatte eine Nachfrage bei der Sekretärin. Als diese dann ein Blatt Papier herausholen wollte, rutschte sie mit ihrem Stuhl weg. Die Bauarbeiter sollten ein großes Loch für den neuen Swimmingpool bauen. Doch ein Bauarbeiter fiel dann mit der Erde zusammen ins Loch. Die Passanten kamen am Ende mit dem Schrecken davon. Ein Autofahrer hatte beim Einparken zu viel Gas gegeben und so fuhr er fast in das Geschäft rein. Der Hausbesitzer kam gerade von einem langen Arbeitstag zurück und wollte sich unten auf seinen Stuhl setzen. Dabei zündete er sich jeden Tag eine Zigarette an. Doch als er sich dieses Mal hinsetzte, fiel er gleich hinten rüber. Der Mann war wohl noch im Krankenhausmodus. Er versuchte, seine Eingangstür mit seinem Ausweis vom Krankenhaus zu öffnen. Als ihm das auffiel, holte er dann natürlich seine Schlüssel raus, um die Tür zu öffnen. Der Bauarbeiter dachte, dass er sich auf eine gefestigte Steinmauer setzen könnte. Doch das sollte sich als falsch herausstellen. Eigentlich sollten nur die Bremsen des Fahrzeugs erneuert werden. Doch am Ende entstand durch ein Fehler ein absoluter Totalschaden. Für die Frau hätte der Tag wohl kaum schlechter starten können. Die Bauarbeiter waren fast fertig, die Mauer für die Familie zu errichten. Doch einer von ihnen warf diese dann unglücklicherweise um. Nachdem der Mann von der Arbeit kam, wollte er sich eigentlich nur entspannt auf die Couch setzen. Die Mutter wollte zu ihrem Kind und mit ihm spielen, doch dabei blieb sie an der Eingangstür hängen. Mit die größte Leidenschaft für diesen Mann ist es zu tanzen. Doch in diesem Video ging das Ganze nach hinten los. Denn irgendwann verlor er nämlich das Gleichgewicht. Eigentlich wollte die Frau nur ein paar Dehnübungen machen und dabei verlor sie dann das Gleichgewicht. Dieser Mann schaffte es gleich zweimal gegen die Glasscheibe der Tür zu laufen. Ihr Freund kam gerade nach Hause und wollte die Frau von hinten umarmen. Allerdings hatte sie sich so sehr erschrocken, dass ihm direkt eine klatschte. Eine Freundin der Familie wollte ihn eigentlich nur ein kleines Geschenk vorbeibringen. Doch sie vergaß, die Bremse ihres Autos anzuziehen. Und so landete ihr Auto auf dem Nachbargrundstück. Eigentlich wollte dieser Mann sich nur auf die Sitzkissen setzen. Dieser Mann ist psychisch krank und war in ein Haus eingebrochen. Dabei entstanden diese gruseligen Aufnahmen. Dieser Familienvater wird wohl seiner Frau einiges erklären müssen. Denn plötzlich krachte er einfach durch die Decke des Hauses. Diese Hummel hatte wohl vor, in das Haus einzubrechen. Dieser Paketbote warf einfach die Lieferung in den Wassereimer. Als die Besitzerin die Aufnahmen der Überwachungskamera sah, konnte sie kaum glauben, wer für den Schaden verantwortlich ist. Mit einer leichten Kurve verlor der LKW-Fahrer einfach die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Hund wollte sich voller Freude zu seinem Besitzer hinsetzen. Doch dann landete er einfach im Tisch. Stell dir vor, du schaust dir deine Aufnahmeüberwachungskamera an und siehst plötzlich geistern. Und jetzt schreib uns doch gerne mal in die Kommentare, welcher der heutigen Videos du am unglaublichsten fandest. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben machen. Bis zum nächsten Mal.